oder die haben doch so viel life aber ich mache bei denen mehr schaden so zwei ich gehe davon aus nein das ist wieder so ein ablocker hier das ist so ein skin von jacke da übertreib mal nicht gut übertreib mal nicht ja das ist ein skin von von der von das gelebt mit jacke ja der macht die gleiche bewegung sieht halt nur anders aus ach komm hör auf abzuwehren ich hasse leute wie dich bei dem muss man ja schon nase an nase kuscheln ich hasse dich oh mein gott hör doch auf geht doch sterben das kostet doch alles nur zeit durch dankeschön gib mir doch den ausgangsschlüssel so nehmen der stator hat er überhaupt eine schwäche der find das sieht mir nicht dann noch aus der find ist ganz gut die donna ist sogar noch besser hä ich verstehe es ich verstehe den donen nicht egal egal wir machen bei den immerhin akzeptablen schaden er fällt schneller als alle anderen und ich bin oh Mimik ich bin froh so die Mimik haben vielleicht ein bisschen mehr life oh Reparaturkopf das ist gut okay down kein Schlüssel kein Schlüssel hier ist nix ich wollte gerade sagen hier muss doch was sein so Attribut ein Barzahn das ist alles mir zum Kaufen gedacht okay du weißt ab aber den hat man kein bei dem weiß man einfach nicht bevor man den abschießen kann und wann nicht also nur wenn er angreift habe ich das Gefühl naja komm okay das war alter macht der damage der one hittet mich hier fast ich bin durstig wenn ich in so einer Angriffsphase könnte ich ihn eigentlich attackieren da muss man wirklich hoffen dass ich gut time und das war gar nicht mehr so scheiße okay okay lehmende Stater ist okay so dann erstmal die Waffe reparieren der hat keine Schwäche wie es aussieht ist alles bei ihm gleich 400 Aufnahme ist voll yay Stufe 16 mhm äh apropos ja aber ist es noch nicht auf dem Max wer weiß wie hoch der Angriff gehen soll okay hier war niemand zu sehen voll Energie oh ja oh mein Gott komm block hier nicht ab block doch nicht ab dort so viel Schaden muss ich anrichten eigentlich das heißt du musst immer zugepunkt sein ja er gibt mir den Ausgangschlüssel ganz ehrlich Fledermäuse okay wir hauen ab ja ich brauche den Schüssel aber oder habe ich einen Schüssel nein ich habe den Schüssel noch nicht der muss irgendwo hier sein entweder der ist hier in der Mimik versteckt oder der Silberschlüssel ja ich brauche einen Silberschlüssel der muss hier sein irgendwo in den Truhen Mist hier eventuell hier oder in anderen wir haben ihn doch okay und tschüss ich verschwinde ich wollte nur den Ausgangschlüssel also wir brauchen gleich wir brauchen mal den Endboss auf jeden Fall sowas von ähm Stärkenergie stärker Zeug oh äh ne das kann doch nicht funktionieren denn das ist das Richtige Fledermaus böse Fledermaus geh weg böse böse Fledermaus geh weg Fledermaus finde ich gut ist akzeptabel ist akzeptabel ok was war das jetzt ähm Prösenkommentier Drei 83 finde ich gut sowas haben wir hier Fledermaus und Witch aber wieder Belebungspulver oh ich hätte gerne mehr von denen geil 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 böse Fledermaus alter wie viel Schaden wir bei denen machen 1000 kann ich das mal bitte bei den anderen auch mal machen zu viel Schaden so Fluchtpulver bräuchte ich zwar jetzt nicht bräuchte ich zwar jetzt nicht aber ok was war das denn jetzt Alter ich hab irgendwas im Hals es tut mir leid aber es passiert ich muss was wirklich was trinken so platz in die Hände platz in die Hände und sterb dabei oh 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 man merkt die haben wirklich mehr Life hier oben als unten und du hast nichtmals den Ausgangsschlüssel ich ich glaub das nicht ich glaub das nicht oh nein ganz ähnlich diese Gamrons ne das sind die das sind die nervigsten achso ich hab Heilig dann kann das ja auch nichts bringen wir machen jetzt mal kein Tribut das haben wir noch gar nicht ausprobiert nö das ist eigentlich völlig Fumpe was ich hier mache hör doch auf abzuwehren ey was ist denn mit euch los ihr wehrt ja mehr ab als sonst fühlt wahr wir machen nur so wenig Schaden bei denen ne das ist so lächerlich kein Wunder dauert der Kampf so ewig lange weil der dauert nur am abwehren ist das haben die Vorgänger nicht getan die Heilig Gamrons ne die sind so widerstandsfähig man merkt das wir haben jetzt zweiten Alexander ey kannst du mal bitte auftalten ich krieg gerade mal zwei Hits drauf vorher konnte ich immer so viele Hits drauf machen der hat mich sogar noch getroffen der Drecksack ich glaub's nicht ja paar Schüsse können wir noch abgeben ich werde ihn zwar jetzt nicht besiegen damit können aber ich will das mal ein bisschen sparsamer sein ok jetzt ist er zerbrochen aber die hatten auch Haltbarkeit also darf das dürfte eigentlich nicht sein bis 1 darf ich ja bei 0 ist es kaputt oh my god kannst du mal bitte aufhören dich hier zu rollen das macht doch eigentlich keinen Unterschied finde ich außer der hat einen harten Panzer guck mal ich mach hier einfach gar nichts das ist ja so lächerlich komm geh down jetzt und du hast den Ausgang schlussrück dankeschön dankeschön ok das werden jetzt nicht mal längere kämpfe geben bei manchen monster und weg 84 das heißt wir haben eigentlich so gut wie wenn wir jetzt gleich haben 10 oh Zeit 10 Ebenen fast geschafft ja gut 15 wäre natürlich krass mittlerweile bei den ganzen Kreaturen die hier rumlaufen oh was was nein no oh my god nicht diese Mondsichelfiecher nicht diese Mondsichelfiecher so kriegen wir noch ich würde gerne rich das ist schön und gut aber ah alter diese rich Dinge diese Mondsichelfiecher ne oh my god ich muss aber erstmal herausfinden was er von schlussert na kampf alter die kattig sind so unberechenbar diese viecher ne aber ich habe kein ersatzpulver mehr oh scheiße wiederbelegen pulver war jetzt nicht das problem kriege ich ja gleich wieder aber ersatzpulver ist gerade das problem boah die ist ja sicher ne geh weg ey okay aber ich muss alter ich habe mich doch bewegt ich habe mich doch bewegt oh my god wir holen uns erstmal eigentlich ist es sehr egal wohin ich glaube ersatzpulver kriege ich überall nur bestes Hühnchen kriegen wir jetzt nicht hier aber ist egal dafür habe ich aber so kein Geld bist du eigentlich noch da bist du eigentlich immer da ne oder kriege ich die bestes Hühnchen ne ich kriege mein Angriff Dinger okay ähm du kannst weg das war's aber schon ne okay so machen wir das machen mal voll ja okay wir machen weiter war nur ne kurze Auszeit aber trotzdem die Ebene werden wir auf jeden Fall noch hinkriegen wow so wird sich auf jeden Fall reichen hier kann ich ne hier kann ich nix machen okay 4 84 war das jetzt oder 83 ich glaube 84 glaube ich 84 die Mondsichelfiecher oh man aber ich hab mich ich hab meinen Controller bewegt aber irgendwie hat er nicht reagiert wo er dann gegriffen hat na gut wir werden uns rächen wir werden seine Schwäche herausfinden und ihn dazu zwingen so Titan okay du könntest eventuell Feuer oder Wind oder Kälte das könnte alles mit das sein Kälte sieht gut aus kann aber Tonfall war das ist gut nehme ich gerne und tschüss kein Ausgangsschlüssel wir gehen erst mal hier drauf etwas gilt gewonnen das ist gut witch ja genau das wollte ich haben so Attribut heilig heilig ist ganz gut bei denen eigentlich sind das Kreaturen die wir eigentlich schon kennen die sind hier einfach nur stärker weil hier ist nichts die haben wir alle schon mal Krieger haben also hier ist nichts neues finde ich also keine nur irgendwie irgendwie was was eigenes sondern es sind einfach die gleichen Viecher die wir eigentlich schon bereits kennen reparaturpulver nehm nehm ich doch gerne an naja die Gegner sind ja easy peasy die ich jetzt gerade hatte Karte gut wir laufen jetzt erstmal Richtung Ausgang vielleicht haben wir den Ausgangsschlüssel in der Nähe haben wir wieder was Großes geben zwar mehr Life und können mehr draufhauen oh nehmen wir jetzt irgendwas nehmen wir jetzt irgendwas was ist es ah nur ein Witch okay ist okay so wieder Belängungspulver okay sehr schön also die gefallen mir eigentlich kann ich eigentlich Farmen geben Attribut es fehlt noch Ersatzmahnpulver ist die Frage was diese Mondsichel da droppt im bestes Hund könnte ich reinträglich auffarmen gehen äh von diesen Schweinen äh ich bin jetzt gerade überlegen oh eine Statue da brauchen wir Kälte Atribut 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 ja Reparateur dankeschön es gibt und du hast den Ausgang alles klar dann tschüss das war jetzt easy ne das war jetzt wirklich easy aber ich bin froh und du hast und du hast für und du hast